Ich stoppe das Video, sobald ich es nicht mehr essen will, hier haben wir eine sehr, sehr cheesige, käsige Pizza gesehen in einem Zeichentrickfilm und Albert macht das jetzt natürlich nach und oh, das ist nicht nur Teig, das ist Käse-Teig, ein sehr, sehr cooler Trick, Löcher rein, Tomatensauce, boah, das ist so käsig, ne, Basilikum, ist das Basilikum, ja, mäßig, ähm, boah, sehr, sehr käsig, das würde ich auf jeden Fall essen, am besten mit Thunfisch und ja, man, Kuss geht raus, abonniert mehr für solche Videos.